Du, mit deinem Schlein in die Orte wirst schon noch nicht weg, du alter Oderung! Aber wie ist das für? Doch, das war ja politisch. Aber du hast doch das noch nicht so verstanden. Herr, bitte, Herr, Sie müssen mir reden. Bitte, gehst doch bitte um! Aften Sie, Ihre Frau! Sofort! Nein, da wird so keine Werte verrufen. Warum? Der wird verabredet. Von wegen, von der Tatung im Herzen. Nein! Na, Herr, bitte, Herr, Sie müssen mir reden. Ich bin ja doch in Sie so verabredet. Ich bin nicht verabredet. Ich habe doch mit dem Wort nichts zu tun. Aber so gar nichts zu tun. Darf ich vielleicht nicht. Aber die Art und Weise, wenn ich meine Freunde so wieder selbst gebrochen habe, meine Freunde, die muss ich ganz einfach machen. So wird es mich leider nicht. Frau, lassen Sie sich gut sein. Lassen Sie sich hier runter und fertig noch einmal weitergehen. Herr, bitte, Sie müssen mal wiedersehen. Ach, stopp. Das ist alles Gute. Ich hoffe, Ihr nächster Liebesgefährte, lebt nicht doch. Das ist doch egal. Auch so viel gemacht. Ich habe ein bisschen hart reden müssen, doch. Das muss doch unmöglich sein. Ich bin doch ein bisschen traurig. So, du hast doch... Heck dran! Vielleicht schreif, hast du krass drin! Warte, Heck dran! Mach rein! Other